Hallo zusammen, Matthias hier von Fotografieren, Lernen und herzlich willkommen in meiner Weihnachtsaktion. Die Weihnachtsaktion bedeutet für dich, dass jetzt täglich Videos rauskommen mit Auszügen aus meinen Videokursen und dass in der Zeit bis zum 27.12. in meinem Store auf videokurs.eu alles 50% reduziert ist. Also schau vorbei und jetzt geht es darum, wie man Bilder in Schwarz-Weiß konvertiert. In Photoshop. Nicht einfach nur in einer Schwarz-Weiß-Einstellungsebene machen, das ist ein klein bisschen langweilig, sondern ich erkläre das genau detailliert. Ich habe ja praktische Teile in meinen Videokursen, habe theoretische Teile in meinen Videokursen, habe in meinem Photoshop-Kurs beispielsweise über 13 Stunden Material, sowohl ein bisschen Theorie, beispielsweise welche Werkzeuge, welche Filter, welche Einstellungsebenen gibt es, aber auch jede Menge Praxis, die genau zeigt, wie du das auch auf deine Bilder anwenden kannst. Und so eine Lektion siehst du jetzt, also wünsche dir viel Spaß. In dieser Lektion zeige ich euch praktisch, wie man in Photoshop-Bilder sehr cool in Schwarz-Weiß konvertieren kann. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten, doch ich zeige euch, welche zwei Techniken ich verwende. Zuerst einmal müssen wir natürlich ein Bild haben, das wir in Schwarz-Weiß haben möchten. Mein Tipp hier ist ganz wichtig, denn ihr solltet nicht einfach nur irgendwelche Bilder in Schwarz-Weiß konvertieren. Das ist so, ich sehe Schwarz-Weiß-Bilder von einer Blumenwiese. Eine Blumenwiese lebt von Farben, da ist Grün, da sind Blumenfarben, Rot, Gelb, Blau vielleicht auch. Also das sieht so genial aus und dann macht das jemand Schwarz-Weiß. Dann hat man eigentlich nur noch Grasstruktur da liegen, die meistens noch in knalligem Sonnenlicht irgendwie komisch fotografiert wurde. Also das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja Schwarz-Weiß dafür verwenden, coole Effekte einzusetzen. Und das ist meistens so, dass ich speziell für Schwarz-Weiß fotografiere. Also ich fotografiere ein Bild in Farbe und sage mir später, das wird in Schwarz-Weiß konvertiert. Also es wird vor dem Fotografieren schon festgelegt, das Bild ist später Schwarz-Weiß. Und dann kann ich eben auch gucken, wie sieht das Bild aus, wie ist das Bild aufgebaut, was sollte man beachten bei der Schwarz-Weiß-Konvertierung, bevor man das Bild in Schwarz-Weiß konvertiert. Also eben keine Bilder, die von Farbe leben, nehmen. Sondern manche Bilder von mir, die könnte ich gar nicht in Schwarz-Weiß konvertieren. Das würde einfach nicht wirken. Das würde deswegen nicht wirken, weil Schwarz-Weiß ist sowas, das lebt von Kontrast. Und wenn ich jetzt was sehr Kontrastloses habe, beziehungsweise was sehr farbintensiv ist, wo man Farbe erwartet und konvertiert es in Schwarz-Weiß, dann wirkt das überhaupt nicht mehr. Guckt euch mal Schwarz-Weiß-Fotos an. Viele Schwarz-Weiß-Fotos leben wirklich von dem krassen Unterschied zwischen hell und dunkel. Natürlich nicht alle und es gibt hier selbstverständlich Ausnahmen, doch wenn ich so ein kontrastreiches Bild habe und mir sage, ich möchte es in Schwarz-Weiß konvertieren, sieht es natürlich viel, viel besser aus. Und genau so eine Vorlage habe ich gleich für euch. Doch vorher habe ich einen Tipp für euch, wie ihr Bilder in Schwarz-Weiß fotografieren könnt, dass ihr sie auch gleichzeitig noch in Farbe vorhanden habt. Denn in der Kamera kann man ja einstellen mit so einem Bildprofil, dass ein Bild in Schwarz-Weiß fotografiert werden soll. Das sieht dann auf der Kamera auch Schwarz-Weiß aus. Doch in fast allen Fällen ist es so, wenn ich das in RAW auf der Speicherkarte speichere, also in dem RAW-Format, dann kann das hier nicht in Schwarz-Weiß sein. Also die Kamera kann ja ein RAW-Format nicht verändern und kann das Bild ja nicht Schwarz-Weiß machen. Ist ja RAW. Fotografiere ich im JPEG, bleibt das Ganze Schwarz-Weiß, ich kann die Farben nicht mehr zurückholen. Ich muss aber auch mit dem leben, was die Kamera aus dem Bild macht. Das heißt, die Kamera konvertiert es in Schwarz-Weiß und entweder es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Viel bearbeiten kann ich dann nicht mehr. Nicht so viel, wenn ich es als RAW-Datei in Farbe hätte. Und so eine RAW-Datei in Farbe, die habe ich jetzt hier. Klar, mit dem Bildstil wird es Schwarz-Weiß angezeigt, was es euch einfacher macht. Doch jetzt gehen wir mal an die Bildbearbeitung. Denn ich habe hier eine RAW-Datei, die ich eigentlich Schwarz-Weiß fotografiert habe. Und ihr seht hier, das Bild sieht absolut grauenhaft aus. Es ist so hässlich-orange, nicht ganz so kontrastreich, wie ich es gerne hätte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben das Bild unter Extrembedingungen fotografiert. Es war komplett Nacht. Also man sieht hier, dass hier oben der Himmel, der ist komplett dunkel. Und ich mache das vielleicht mal ein bisschen größer, dass ihr das so seht. So, genau, so sieht es viel besser aus. Und wir sind hierher gegangen und haben halt die Lichter im Hintergrund so ein bisschen als coole Haarlichter verwendet. Wir haben unter einer Straßenlaterne gestanden. Dadurch wird das Bild halt sehr, sehr orange. Man könnte dem Ganzen entgegenwirken und mit dem Weißabgleich hier gegendrehen und vielleicht das in eine natürliche Farbe reinbekommen. Aber das war in dem Moment gar nicht der Anspruch. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen das Ganze ja in Schwarz-Weiß konvertieren. Und gerade dadurch, dass die was Weißes anhat und was Schwarzes anhat und sowas, das passt sehr gut dazu. Also wir haben wenig Farbe, außer mal von dem Gelb. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn wir das in Schwarz-Weiß konvertieren, weil es eben zu dem Bild passt. Genau, ich werde das Bild jetzt mal in Photoshop öffnen. Das reicht ja hier aus. Einfach rechte Maustaste öffnen mit Photoshop. Vorkommen ausreichend oder wir ziehen es rein oder wie auch immer. In Photoshop öffnen sollte, glaube ich, nicht das Problem sein. Jetzt geht hier natürlich erstmal die RAW-Konvertierung auf. Die kennen wir ja schon. Es sieht extrem krass aus, sieht extrem kontrastreich aus. Es ist eigentlich viel zu viel. Wir haben viel zu viel Gelb drin. Wir könnten jetzt hergehen, könnten hier sagen, einen Weißabgleich, den würden wir gerne auf automatisch setzen. Wäre eine Möglichkeit. Man sieht hier im Hintergrund passt das schon relativ gut an, aber auf der Haut wirkt das einfach gar nicht mehr. Also ich sage mal, wenn ich schon so gelb fotografiere, ist es oft schwierig, das wieder rauszubekommen. Also ihr seht, das hier ist der absolute Anschlag vom Weißabgleichsregler in die blaue Richtung. Mehr Blau kriegen wir fast nicht rein. Wenn es jetzt noch ein bisschen aufhellen, könnte man es auf die Art und Weise sogar noch retten. Es sind sogar nur zwei Regler gewesen. Also mit zwei Reglern kriegt man sowas doch noch relativ easy hin. Doch Weißabgleich interessiert uns ja primär jetzt erstmal nicht, sondern es soll ja um den Schwarz-Weiß-Effekt zu entgehen. Das könnte man vielleicht für die Raw-Konvertierung, das für die Augen ein bisschen einfacher ist, einfach mal in die blaue Richtung ziehen. Weil ganz ehrlich, auf so einer Basis eine Raw-Entwicklung zu machen, das ist extrem anspruchsvoll. Deswegen einfach mal in die blaue Richtung ziehen. Ich bearbeite es jetzt absichtlich in Farbe. Wir könnten auch hierher gehen, können sagen, wir stellen es direkt auf Schwarz-Weiß. Wäre gar kein Problem, aber ich möchte es absichtlich in Farbe bearbeiten, um eben noch so ein Feeling dafür zu bekommen. Also, Lichter erstmal weiter runter. Im Übrigen, die Technik, die ich anwende, die kommt später mit Einstellungsebenen. Ich zeige euch viele Wege, wie das jetzt funktioniert. Wir können die hier einfach auf Schwarz-Weiß stellen. Wir könnten auch einfach sagen, wir ziehen die Sättigung komplett raus. Hat im Endeffekt alles ähnliche Effekte, aber es ist immer die Frage, wie komme ich da hin? Wie sieht mein Bild cool aus? Und deswegen werde ich auch unterschiedliche Wege zeigen. Genau. Tiefen werde ich, naja, nicht ganz so weit erhöhen. Ich will nämlich nicht diesen Kontrast da im Hintergrund zerstören. Also ihr seht schon, wenn ich das hier ein bisschen erhöhe, dann fängt es hier schon ganz extrem an zu rauschen. Was einfach daran liegt, dass das Bild mit, glaube ich, ISO 6400, genau, hier ISO 6400 gemacht wurde. Also es war schon Extrembedingungen. Deswegen würde ich hier, wäre ich hier vorsichtig. Ihr seht auch, je höher der ISO-Wert ist bei Bildern, umso schlimmer ist es, wenn ich hier kleine Korrekturen vornehme. Also selbst so minimale Sachen, wenn ich hier so ein ganz klein bisschen hergehe, in den Tiefen, der hält sofort alles auf und es kommt direkt das Rauschen zum Vorschein. Deswegen übertreibe ich es hier mal nicht. Was wir allerdings machen können, wir können den Weißwert noch ein bisschen nach unten ziehen und, naja, beim Schwarzwert würde ich jetzt noch nicht so sehr übertreiben, das würde ich später machen. Den lasse ich einfach mal, wie er ist. Dann, ganz wichtig, gerade bei Schwarz-Weiß-Bildern, ich schärfe grundsätzlich nach. Immer nachschärfen bei jedem Bild im Endeffekt. Nur Schwarz-Weiß ist sowas, das ist so kontrastreich, da ist Schärfe drin, da ist Rauschen drin. Das ist halt immer so ein bisschen Effekt, was da mit reinkommt und deswegen mache ich das dort meist auch. Wir haben unser Bild. Jetzt gehen wir her und sagen hier Objekt öffnen. Habe ich ja vorhin erklärt, wenn hier kein Objekt öffnen steht, können wir das hier in den Einstellungen anpassen, in Photoshop als Smart-Objekt öffnen und ich sage Objekt öffnen. Normalerweise gehe ich her und öffne das erste Mal so in Photoshop, dass ich hier nämlich eine grundlegende RAW-Datei drin habe. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, dann habe ich ja schon eine RAW-Entwicklung gemacht. Ich gehe normalerweise her und mache keine RAW-Entwicklung auf das Bild, sondern ich öffne das Bild erst einmal und dupliziere mir diese Ebene. Ganz wichtig, wenn ich ein Smart-Objekt dupliziere, verknüpfe ich das. Also dann habe ich im Endeffekt zwei Smart-Objekte, die immer den gleichen Zustand haben. Wenn ich da Filter verändere, überträgt sich das Ganze mit. Deswegen muss ich hier sagen, neues Smart-Objekt durch Kopie und dann wird das dupliziert und die werden komplett voneinander gelöst. Dann kann ich jetzt hier einen sagen, RAW für die RAW-Entwicklung und Original. Genau, da wissen wir genau, das war das vorher. Ich setze das jetzt gerade mal schnell zurück. Kann man hier relativ einfach machen. Hier auf Wie Aufnahme und hier alle Regler auf 0. Geht relativ zackig. Standardschärfe ist 25 und 1 vom Radius her. Einmal auf OK. Und jetzt haben wir nämlich hier so ein Vorher-Nachher-Vergleich. Wir können später sagen, ich möchte hier die Ebenen alle ausblenden und sehe mein Original, das ich als erstes hatte. Ich sehe, wo ich angefangen habe, ich sehe, wo ich aufgehört habe und kann zwischendrin die ganzen Schritte sehen. So, wir haben jetzt für die Schwarz-Weiß-Konvertierung mehrere Möglichkeiten. Zum einen haben wir die Möglichkeit, hier einfach zu sagen, Schwarz-Weiß, Ende aus. Ich könnte auch hergehen und könnte hier nochmal einzelne Farbwerte korrigieren, indem ich jetzt sage, ja, Rot-Weiß relativ einfach, weil wir haben fast nur Rot in diesem Bild. Wir können auch sagen, Auto, dann macht er das Ganze nochmal automatisch. Habe ich da schon alles in der Theorie erklärt. Ich mag diese Ebene nicht. Als Einstellungsebene geht sie unglaublich schnell, funktioniert super toll, doch ich komme mit diesen Reglern an sich nicht zurecht. Das ist einfach so, dann passt der Farbkanal nicht 100%. Dann würde ich das lieber anders bearbeiten. Deswegen, ich mache hier manchmal was. Ja, gerade wenn wir jetzt hier so ein bisschen das mit den Gelbtönen aufhellen, das gefällt mir sogar sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken, Blautöne waren so ein klein bisschen im Hintergrund, die würde ich eher abdunkeln, dass wir hier so einen schönen Kontrast mit drin haben. Guck mal, hier im Himmel, dann ist es dann direkt hier dunkler geworden, aber sonst würde ich hier nicht viel machen. Eher würde ich hergehen und würde es über eine selektive Farbkorrektur machen. Also hier die selektive Farbkorrektur hinzufügen und auf dieser Basis arbeiten. Die kann das Ganze zwar nicht Schwarz-Weiß machen, doch sie kann diesen Schwarz-Weiß-Effekt kontrollieren. Also entweder können wir hier, wir brauchen irgendeine Ebene, die es Schwarz-Weiß macht und bearbeiten das dann später mit der selektiven Farbkorrektur. Und hier habe ich erstmal die Farbkanäle, die ja in dem Moment unsinnig sind, weil wir haben ja keine Farbe. Deswegen gehe ich hier mal auf die Grautöne. Und den Grautönen kann ich jetzt sagen, ich beeinflusse diesen Schwarzregler hier. So, dann kann ich diese einzelnen, die Mitteltöne nochmal aufhellen, nochmal abdunkeln. Die lasse ich jetzt hier so, wie sie sind, weil das Bild schon sehr extrem ist. Aber ich kann hergehen, kann mit dem Schwarzregler die Schwarztöne hier entweder sehr abdunkeln oder so beschneiden, was auch ein sehr cooler Effekt ist bei Schwarz-Weiß-Bildern. Also wenn man hier so die Schwarzwerte so ein klein bisschen beschnitten hat, kann das sehr cool aussehen. Entweder ich füge auch einen Kontrast hinzu, extremen Kontrast hinzu, indem ich die nach rechts ziehe oder ich beschneide die so leicht. Und das gefällt mir sogar sehr gut, dieses leichte Beschneiden. Da ist diese Hose nicht ganz so krass, das hier oben nicht ganz so krass. Das ist ja momentan der Stil, wo die Schwarz-Weiß- beziehungsweise auch Farbbilder hingehen mit den angeschnittenen Dunkelwerten, also den angeschnittenen Schwarzwerten. Deswegen wirkt das relativ cool und passt halt eben zu dem, was so sonst im Netz kursiert. Gut, Weiß können wir jetzt noch beeinflussen. Das ist hier oben am H. Das hier, das Top, das ist leider nicht ganz so weiß in dem Bild geworden. Hier können wir auch sagen, die Schwarzwerte nach rechts wird es weniger weiß, nach links wird es mehr weiß. Also nicht mehr so viel. So viel weiß haben wir da nicht mehr, aber so ein klein bisschen könnte noch ein bisschen kontrastreicher werden. So. Das ist was, was ich gerne mache, einfach um so ein bisschen den Kontrast von dem Bild zu kontrollieren und das nicht farbkanalsbezogen zu machen, sondern helligkeitsbezogen. Kommt einfach nochmal mit dazu. Das ist noch so ein ganz cooler Effekt, den man einfach mit drauf nehmen kann. Dann ist noch was, was ich, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie ich das Bild bearbeiten möchte. Also je nachdem, ob ich sage, ich möchte zwei Farben drüberlegen, ich möchte eine Farbe drüberlegen, eine Farbe würde ich auf jeden Fall drüberlegen. Und wenn sie nur minimal ist. Hier würde ich vielleicht hergehen und sagen, ich gehe in meine Gradationskurve. Das ist ein Weg, ein Weg, den ich sehr gerne mag, in die Blautöne und den Blaukanal. So ganz leicht anheben. Kann man auch ruhig ein bisschen mehr machen, wo man dann sieht, so oh ja gut, der Farbton gefällt mir und dann kann ich einfach die Dickkraft reduzieren. So. Nur so ein ganz kleines bisschen. Ihr seht diesen Unterschied ganz leicht, aber das ist so, dann wirkt das Bild nicht einfach nur so schwarz. Also nicht einfach nur so schwarz-weiß, sondern es hat eben Farbe mit drin. So ein ganz kleines bisschen. Das reicht vollkommen aus, um einfach diesen Touch von dem da schwarz-weiß fertig so ein bisschen wegzunehmen. Das ist was, das wirkt richtig cool. Gefällt mir immer sehr, wenn ich sowas in die Richtung mache. Deswegen kann man hier ruhig ein bisschen Farbe hinzugeben. Auch andere Farben. Ihr kennt das ja mit der Gradationskurve. Das wäre eine Möglichkeit. Möglichkeit Nummer zwei, wenn ich sage, es sollten zwei sein. Es kommt immer so ein bisschen aufs Bild an. Hier ist es jetzt vielleicht etwas ungünstig, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Ist ganz klar, entweder die Verlaufsumsetzung oder hier bei Ebene, Füllebene, Verlauf. Das gefällt mir eigentlich lieber, die Verlaufsebene, bei der ich nochmal sagen kann, ich möchte, keine Ahnung, wir machen mal dieses typische, das hier, machen wir von rechts nach links, so ein bisschen quer. Genau, das sieht auch mal ganz gut aus. Das können wir jetzt auf weiches Licht setzen und hier ganz weit runter gehen. Also es kommt immer darauf an, welches Bild wir verwenden. Hier wirkt es jetzt nicht ganz so cool. Kann natürlich sein, je nachdem wie der Hintergrund aussieht, wie das Model wirkt, dass es auch aus Schwarz-Weiß-Bildern so ganz cool aussehen kann. Kommt immer darauf an. Ich merke jetzt gerade, dass dieses Blau hier unten sehr gut wirkt. Und überlege eigentlich, ob ich die Ebene, ob ich dieses Blau nicht mal auf die andere anwende. So, das können wir nämlich auch machen, wenn wir hier sagen, das ist eine ganz coole Farbe. Dann können wir nämlich wechseln von der Verlaufsebene einfach auf, Moment, ich lasse euch die mal drin, dass ihr da gleich nochmal gucken könnt, wenn ihr euch die Datei runterladet. Dass ich sage, Füllebene, Farbfläche, okay. Machen wir hier mal diese blaue Farbe rein, die so so cool aussah. Und dann gehen wir hier auf weiches Licht. Und guckt mal, wie cool das aussieht. Das Blau, das gefällt mir echt super. Jetzt reduzieren wir hier die Deckkraft noch ein bisschen. Sowas in die Richtung. Das sieht auch mal sehr cool aus. So ein klein bisschen blau, vielleicht noch ein bisschen zu extrem. Ich würde euch auch empfehlen, hier nicht so ständig auch vorher nachher zu gehen. Das macht das Auge total kaputt. Also wenn ich hier ständig da sitze und hier zack, 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 zack und immer gucke, ah, was habe ich gemacht? Oh, wie sieht es aus? Und was auch immer. Das ist viel, viel zu anstrengend fürs Auge. Das Auge muss ich an die Farbe erstmal gewöhnen. Ich empfehle euch, wenn ihr sagt, das Bild ist jetzt fertig, das gefällt mir so gut, dann steht ihr mal auf. Guckt euch mal irgendwas anderes an. Guckt mal aus dem Fenster raus, vielleicht nicht gerade in die Sonne rein oder sowas in die Richtung. Macht euch mal einen Kaffee und dann schaut euch das Bild noch einmal in Ruhe an. Und wenn ihr dann sagt, das Bild sieht cool aus, wir können weitermachen, dann machen wir weiter. Und das Weitermachen sieht folgendermaßen aus. Wir gehen mal hier auf die Raw-Ebene und sagen Filter, Scharfzeichnungsfilter. Ne, Moment, das war unter Rauschfilter. Genau, wir wollen nämlich ein Rauschen hinzufügen. Das ist dieses Rauschen hier. Jetzt müssen wir uns erstmal angucken, wie wirkt das auf dem Bild überhaupt. Weil so ein leichtes Rauschen, das sieht echt cool aus. Wir haben ja schon ein leichtes Rauschen in dem Bild. Wir wollen aber noch so ein Ticken mehr. Ja, einfach so ein kleines bisschen. Erstmal sollten wir hier monochromatisch angehakt haben, weil es ein Schwarz-Weiß-Foto ist. Wenn ich das rausnehme, dann kriegen wir plötzlich ein Farbrauschen in ein Schwarz-Weiß-Bild. In dem Fall jetzt nicht, weil die Schwarz-Weiß-Konvertierung später nochmal stattfindet. Da wird ja hier erst Schwarz-Weiß gemacht und hier füge ich das gerade das Rauschen hinzu. Deswegen hier aufpassen. Wenn wir das aber nach dem Schwarz-Weiß hinzufügen, könnte es passieren, dass wir eben ein Farbrauschen mit drin haben. So, jetzt können wir hier kontrollieren, wie stark wollen wir das Rauschen haben. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Wir haben ja hier schon ein Smart-Objekt, deswegen sollte das kein Problem sein. Ich würde jetzt hier einfach mal, was weiß ich, 6%. Das sieht doch mal ganz cool aus. Genau, und jetzt haben wir hier vorher, nachher. Es ist nicht viel, es ist so ein klein bisschen, aber es gibt schon noch einen coolen Effekt dem Bild mit hinzu. Okay, das haben wir jetzt mal. Dann zeige ich euch jetzt mal das, was ich eigentlich immer zum Schluss mache. Ich füge zum Schluss immer alles nochmal zusammen. Eine Finisher-Ebene. So, Finish, genau. Und bei Finish sage ich immer, erst mal wird er nachgeschärft und zweitens, wenn ich hier irgendwelche Sachen sehe, die mir doch noch nicht so ganz gefallen, dann probiere ich da gerne mal rum, weil ich immer noch sagen kann, komm, löschst du, fängst nochmal neu an, aber auf jeden Fall, das, was drunter steht, ist safe. So, hier sagen wir mal Filter, Scharfzeichnungsfilter, unscharf maskieren und das ist so mein letzter Finisher, wo ich sage, da muss nochmal Schärfe drauf. Da gehen wir mit dem Radius relativ weit nach unten, so gerade so 0,2 mit der Stärke sehr weit nach oben. Dürfte bei dem Bild jetzt nicht viel machen, weil es sowieso schon sehr stark gerauscht vom Effekt her, aber so ein klein bisschen Unterschied, ja, seht ihr schon hier, das kommt doch nochmal ein klein bisschen mit raus, ich hoffe, man sieht es auf der Aufnahme, aber dieser letzte, diese letzte Knickanschärfe, der bringt es echt. So, und wir haben jetzt das Bild relativ schnell, relativ cool in Schwarz-Weiß konvertiert mit so einem Farbeffekt drüber, deswegen, klar habe ich jetzt viel erklärt, aber eigentlich ist das eine Arbeit, die man in zwei, drei Minuten machen kann. So, um jetzt nochmal diesen Extremvergleich zu nehmen, das war es vorher, wir sind hergegangen, haben einen Weißabgleich gesetzt, haben eine coole Raw-Konvertierung gemacht, das Bild in Schwarz-Weiß konvertiert, ein Rauschen hinzugefügt, so ein klein bisschen an den Kontrasten gedreht, das ist das, was ihr hier seht, cooler Effekt mit der selten tiefen Farbkorrektur, ging auch mit der Gradationskurve, mit der Gradationskurve wollte ich es jetzt allerdings nicht machen, weil es nicht ganz so einfach geht, man hat da nicht so fein die Regler mit drin, Gradationskurve, haben wir entweder damit einen Farbstil, wir haben einen Verlauf-Farbstil, wir können auch eine Farbfläche als Farbstil drüberlegen, was wir möchten und Schärfe als Finisher. Schwarz-Weiß-Konvertierung eigentlich in wenigen Minuten erledigt, man braucht kein Preset, man braucht kein hier einmal Klick oder sowas, sondern man kann einfach gucken, wie es aussieht, was einem liegt, probiert es mal ein bisschen aus, ihr habt jetzt meine Photoshop-Datei, wo ihr das nachmachen könnt, ihr habt die Raw-Datei, mit der ihr es nachmachen könnt, probiert es mal aus und wir sehen uns in der nächsten Lektion. Das war's für heute, cool, dass du mit dabei warst, dass du dir dieses Video angesehen hast. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, aktuell sind alle Videokurse auf videokurs.eu 50% reduziert, genauso wie der Kurs, zu dem diese Lektion gehört, der Kurs Photoshop 1x1, also schau vorbei und wir sehen uns entweder auf videokurs.eu oder im nächsten Video, das morgen schon rauskommen soll. Bis zum nächsten Mal.